Ja, moin meine lieben Omsi-Freunde, ich bin's, euer Maschenhorst-LP. Okay, wir fahren heute mal wieder auf Vindenburg, die Linie 126 mit den versprochenen Solaris Urbino 15, den Außenschwenktüren, also Innschwenktüren eine und der ganzen Scheibe vorne. Und ich mache nochmal kurz einmal ein bisschen anderes Wetter, weil das ist ja langweilig. Und einmal kurz in den Omsi-Optionen gucken. Okay, und wir fahren schon an die erste Haltestelle. Oh, man muss auch den Gang reinmachen. Wäre schon hilfreich. Ja. Warte mal wieder auf Vindenburg. Ja, Linie 126 nach Gardelegen, Ortsmitte. So, wir müssen in einer Minute los, dann trinke ich nochmal einen Schluck, bevor es losgeht. So, dann müssen wir abfahren. So war das, glaube ich. Jo, 55. Geh einmal rum. Grad, wenn wir eine rote Ampel haben, aber jetzt ist sie ja grün. Machen wir mal Fahrgastlicht an. Einmal mal kurz Scheibenwischer. Mhm. Und Gas. Defekt. Wir haben das nochmal ein Schild hier. Und nicht hier. Das ist ganz schön gemacht. Ist rechtsche Höfe. Ist rechtsche Höfe. Ups. Bisschen zu weit gefahren. Diese Tür erinnert mich an die Volvo 8700 Tür. Der hat nämlich auch so eine Tür. Ja. Wir müssen hier links rum. Können wir ja nochmal den Bus angucken. Ganz schön. Hinten hat er auch Außenschwenk oder Schiebetüren, glaube ich. Ja. Defekt. Wann kriegen wir hier grün? Ne, jetzt. So. Geben wir Gas. So wie es sich gehört. Naja, so viel aber auch nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Leute durch die Gegend fliegen. Hier spielt aber keiner. Berndsstraße. Können wir aber mal hier so den Schallnwisch an machen. Ach nö, der war zu schnell. Wo. 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 Das AWS oder ASR an. Vielleicht fahren wir nächstes Mal wieder mit den O407. Überleg ich mir nochmal. Aber ja. Neuhoferstraße. Wenn ihr dieses Geräusch hört, das ist mein Dings. Mein Computer, der hat jetzt den, einen neuen Lüfter drin. Ich meine, da ist ein bisschen laut her. Ich bin weg.de. Ach du Scheiße. Ich bin weg.de. Und hier Zigaretten. Ach du Scheiße. Ach wir haben grün. Ich bin da mal weg.de. Ja. Hamburg. Hannover. Winsenburg Zentrum. Ich könnte ja mal die Heizung anmachen. Ist ein bisschen netter. Mal den rein. Grün. Und grün. Haben wir schon Verspätung? Ja. Ne, doch nicht. Habe ich schon weiter geschaltet? Weiß ich gar nicht gerade. Werden wir ja sehen. Nächste Ampel rot. Nicht so schlimm. Überleben wir. Fährt die Feuerwehr hinten. Ja. Wir haben hier eine Anhängerkupplung. Ja. Ganz schön gemacht. Hier ist eigentlich das Nummernschild. In diesem Bereich. Aber ja. Noch eine Feuerwehr. Ihr guckt da irgendwie mit dem Arm durch. Oh. Oh. Ich wette. Aber naja. Das sind halt mal. Hier auch. Ein paar Fehler. Aber naja. So. Neuhof an der Straße. Ne. Doch. Neuhof. Ein zu weit geschalten. Aber naja. Moin. Alle so unhöflich hier heute Morgen. Oder heute Abend. Es regnet wirklich gerade bei mir. Deswegen habe ich jetzt mal Regen eingestellt. Gerade legen kommt keiner. Achso. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben. Was ihr denn für ein Addon kaufen würdet. Und entweder das Wien Addon oder das andere. Mit diesen. City Dingens. Irgendwas. Könnt ihr mir gerne mal schreiben in den Kommentaren. Ja. Wenn ich bremst dann geht immer das ASR an. Jetzt sehen wir hier. Schiebetüren ne. Und das Piepen. Ne. Das sind Außenschränktüren. Das sind Außenschränktüren. Bis bald. Bis bald. Heute Abend wollen wir wohl nicht so viel da einsteigen. Aber verstehe ich auch. Wollen alle zu Hause bleiben bei dem Wetter. Ja. Dann kann ich das schon verstehen. Die Herren. Noch eine Feuerwehr. Hups. Komm auch. Noch eine. So. Hinter uns ist keiner. Machen wir hier mal ein bisschen lang. Oder nö. Sind ja nur so kleine für den Bus. Für den Bus macht das ja nichts. Hier mittig. Ja. So. Wenn man mit dich fährt dann macht das nichts. Geh um mal. So langsam gehen ey. Nein. Das ist immer schlimm. War da gar ein Blitzer oder was? Blinke ich schon die ganze Zeit? Weiß ich nicht. So. Wir warten mal kurz die Verfrühung ab. Dann. Schreibe ich mir doch mal kurz einmal was auf. Wenn ich den Stift finde. Nö. Find ich grad glaub ich nicht. Dann. Muss ich's halt mit so einmachen. Hm. Ne geht nicht. Scheiße. Kein Stift. Aber egal. Na ja. Muss ich das am Ende machen. Wenn ich einen Stift habe. Können mir einer zugeführung kommen. Na ja. So. Wie viel haben wir noch? Eins. Drei. Tut mir leid dass ihr jetzt warten müsst. Aber ja. Türschließende. Bombs. Bombs. Miteinander. Geht's ihnen gut. Solaris. 09 fahren wir jetzt ab. Sollen ja nicht warten. Sollen ja nicht warten. Na ja. Das ist mein Lenkrad hier so. Ööööööö. Das ist mein Lenkrad hier so ööööö. Deswegen so lang dran. Da will jemand aufsteigen. Breite Straße finde ich. Nein. Ich hab gar nicht mehr weiter geschaltet. Oder. Gade legen. Gade legen. Drei Grenzen. Hä? Gede. Eine Institute. Ich weiß nicht wo wir sind. Aber. Na ja. Neuendorf Dann noch mal her. Schmallebach. Drei Grenzen. Trei Grenzen. bleiben wir hier gleich stehen es ist zu kalt ich hab doch schon die Heizung an kann ich noch mal aufdrehen noch einen Schluck trinken in ja soll ich mal weiter schalten hier Burgfelder Höhenstraße Burgfelder Höhenstraße auf jeden Fall eigentlich ist er ja so wie normaler aber naja die Tür die ist halt schön finde ich so links rum das war ein bisschen zu viel gebrennt ja bei Solaris da weiß man ja nie der nimmt auch mal so viel Gas an und dann solltet weg es ist zu dunkel im Bus kann das denn sein habe ich doch schon an alles weiß es nicht ein Mannstraße ein Mannstraße hier ist nur 30 ein bisschen auf dem Bürgersteig spielen wir wollen da Fußgänger ja wirklich schocken bum 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 ja ich bin ja 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 wir sind schon in Dings gerade legen oder so Moho Moin 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 auch gut das ist jetzt halt der Solaris Ubino Ue ja bin ich jetzt hier richtig gefahren weiß ich nicht das haben wir ja sehen ich glaube ja genau in nach der Kurve hier die Haltestelle auch gut gemacht wollte da jemand ja raus wollte jemand ne egal sonst aufgemacht da war egal mal 50 wie schnell war denn eben 30 ne ja sind ja es gibt ja es gibt das war doch richtig den schrubben ja autobahn Wir machen ein bisschen Scheibe mal auf. 60 Jungen, ja. Gleich meckern sie vorbei. Letzte Autobahn. Wie schnell 80. Ach du Schein. Uiuiui, wir fahren hier wieder Weltmeister. Aber jetzt haben wir halt einen Autobahnabschnitt. 120, ja, genau. Mach ich doch lieber die Scheibe ziehen. Oh, schön. Oh, schön. Oh, herrlich. Wir müssen die nächste abzuwaren, ne? Und da kommt schon wieder ne Feuerwehr. Und da kommt schon wieder ne Feuerwehr. Ja. 50 ist hier mal wieder erlaubt und der Solaris, kann ich ja gleich mal zeigen, wann wir stehen. Na, gleich. Wo noch eine Feuerwehr? Da, oder jetzt einmal. Bei dem wird angezeigt das Licht hier, deswegen ist hier der Dingenspunkt, er geht dann an, dann geht alles. Das ist gut gemacht, das hat man bei den anderen Solaris nicht, den bis jetzt, den ich gesehen habe. Jetzt muss ich gucken, welche Haltestelle Oberwaffen, Oberwaffen, Oberwaffen stimmt, steht, will aber keiner. Ach doch, jemand aussteigen. Ach, ich bin so schlau. Und der Bus hoch und runter. Auf und zu, hier, los. Los, los, so geht das. Jetzt fahren wir wieder auf die Autobahn, glaube ich. Oder, ne, über die Autobahn. So war das. Ja, über die Autobahn. Ehemannstraße. Ehemannstraße. Ah, da kommen wir noch rüber. Sind wir hier an der Anhaltestelle? Ne, sind wir nicht, das sah eben so aus. Ja, drehst den Rücken zu mir, ne. Willst nicht mit, denkste. Garde legen, Ortsmitte, diese Fahrt endet dort. Bitte alle aufsteigen. Jetzt sind wir an der Anhaltestelle. Ja, da kommen wir auch noch rüber. Läuft bei uns. Ich weiß gar nicht, wie ich rüber... Oh, das passt genau. Das passt genau, meine lieben Leute. Von heute. Ja, da sind wir auch schon am Ende dieses Let's Plays. Wir müssen hier rein. Wum, 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 wum. Kommen wir da rum? Ja. Oder auch nicht. Na gut. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich verabschiede mich. Und ich versuche, den Download-Link zum Bus zu finden, damit ihr den auch runterladen könnt. Und gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Und ja, tschüss. Dort geht's noch mal. Bis dann. Bei euch, bei euch. Bis dann. Vielen Dank.